Wir wurden gefragt, warum besinnt ihr euch nicht auf das? Erkennt ihr nicht, welche Stärken ihr habt? Deutsche Ingenieurskunst, made in Germany, die Herkunft vieler Bildungssysteme weltweit ist auf humboldtsche Prinzipien aufgebaut. Das MIT wurde aufgebaut auf den Prinzipien der Technischen Universität in Karlsruhe. Die erste Ingenieurin weltweit ist an einer deutschen Universität in der TU München graduiert worden. Das sind Dinge, also man könnte sagen, sehr moderne Vielfalt. Warum spielen wir diese Stärke nicht viel mehr aus und tun etwas? Wenn wir heute schauen, zum Beispiel in den USA, gibt es 4000 sogenannte Community Colleges. Das ist in etwa das, was in Deutschland Fachhochschulen sind. Diese 4000 Community Colleges sind überhaupt nicht in der Lage, auf dem Niveau auszubilden, im Durchschnitt jedenfalls, wie das mit Sicherheit jede deutsche Fachhochschule in der Lage wäre zu tun. Warum sollten wir diese Qualität, die wir hier durchaus haben und auch in der Welt zur Verfügung stellen können, übrigens auch unser Unternehmen in dieser Welt, warum sollten wir das nicht ausspielen, statt zu warten, was wieder mal aus den USA oder Indien oder sonst wo herkommt. Ich glaube, dass es eigentlich so ist, dass wir zurückgehen. Wenn wir schauen, wo Alexander von Humboldt herkam, seine Idee war ja nicht, dass bestes Lernen dadurch kommt, dass wir eine Schulpflicht haben. Er wusste ganz genau, wenn er es nicht schafft, eine Schulpflicht zu etablieren, wird es nicht möglich sein, dass viele Kinder etwas lernen können, dass sie Zugang haben. Zugang haben wir aber heute. Das Problem, das Humboldt hatte, ist sozusagen gelöst. Was er aber eigentlich wollte, war Forscher, war Freiheit, war Energie, war Begeisterung für Menschen. Er wollte, dass die Menschen die gleichen Chancen haben, wie die, die er hatte, weil er begütert war, weil er Bücher hatte, weil er neugierig war. Und ich glaube, wir müssen eigentlich dahin gehen, woher wir einmal kamen, um die nächste Welle zu schaffen und das auch durchaus in einem gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Interesse. Und dafür ist Technik gut, nicht Technik an sich. Das ist Technik gut, nicht Technik gut, nicht Technik gut. تvez